Hallo liebe Abonnenten, ich bin's wieder, Florian. Heute in meinem Video nur ganz kurz, wie ihr an meine ganzen Glory-Videos kommt. Zunächst vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich komme gleich ganz zu Anfang auf den Punkt. Meine neuen Gans auf Glory-Videos findet ihr unter Duka Media hier auf YouTube. Link dazu am Ende des Videos in der Beschreibung und in den Kommentaren. Wenn ihr meine neuen Gans auf Glory-Videos sehen möchtet, abonniert Duka Media auf YouTube. Und jetzt, warum ein neuer Kanal? Dafür fange ich mal gleich ganz am Anfang an. In unserer Allianz bin ich ein bisschen so der Erklärbär. Und dafür hatte ich die Videos hier produziert. Dann kam ein ziemlicher Erfolg, über 25.000 Minuten Wiedergabe, über 7.000 Views und das allein in den letzten 28 Tagen. Irgendwas hatte ich halbwegs richtig gemacht. Was ich nicht richtig gemacht habe, die Videos auf meinen privaten Kanal zu stellen. Die sind so gut, dafür habe ich jetzt extra einen neuen Kanal gemacht. Da müssen die nicht neben meinen alten Urlaubsvideos stehen. Wieso habe ich das anfangs gemacht? Mein Kanal ist älter als Google. Ich habe eine Kurz-URL und bis Ende Februar konnte ich sogar monetarisieren. Durch euch habe ich satte 60 Cent eingenommen. Das ist so wenig, das zahlt Google nicht mal aus. So, und deswegen gibt es extra einen neuen Kanal. Ganz neu und nur für euch. Duka Media. Abonniert mich dort. Da kommen regelmäßig neue Gans auf Glory-Videos. Ich möchte euch noch einmal herzlich danken. Unter anderem Markus, Lena, Michael, Manu und Harald, Tibi, Tech, Robert, Bastian, Stefan, Erdnussbudder, Chris, Thomas, Rüdi, Peter, Haifisch110, die drei Herren vom Dach, Uwe, Hannes, Angelo, Chris, Julio, Ja, er darf, Erik, Jack Bauer und all die anderen Abonnenten. Die Videos kosten mich immer etwas Zeit. Ich rechne immer ungefähr eine Stunde pro Minute. Und das mache ich bisher komplett kostenlos. Nur für euch. Fragen an mich könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich bin auch bei Twitter. Ich versuche so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn ich mal Blödsinn erzähle, könnt ihr mir das gerne auch schreiben. Alles, was ich erzähle, habe ich so gut wie möglich geprüft. Aber manchmal habt ihr halt doch etwas mehr Ahnung. So, und jetzt geht rüber. Den Link findet ihr ungefähr hier. Danke euch für eure Unterstützung. Ich bin Florian und ihr seid super.